Mr. Feuerwerk HD, wir haben es jetzt bereits Herbst. Zwei Ü-Pakete habe ich noch. Die möchte ich jetzt mit meinen treuen Abonnenten teilen. Dann werde ich sie jetzt dann auspacken. Sind es noch 80 Tage bis Silvester 2017, 2018. Viel Spaß dann Pyros und danke, dass ihr so treu seid. So, los geht's mit dem Paket Nummer 1 im Herbst. 80 Tage, viel Spaß. Wie man sieht, ist schon etwas dunkel. Ich hoffe, dass man alles erkennt. So, wieder wie gewohnt mit dem weißen Papier. So, hier kommen schon die schönen Sachen zum Vorschein. Hier ist schon mal was richtig tolles. Von Veko, 34er Corsair Assortiment. Dann kommt hier noch mal was richtig tolles. Polysina Knallerei. Wie man sieht, mit dem alten Veko Warenzeichen. Hier oben und hier unten. Grandios schon wieder. Der Große ist auch dabei. Der hilft beim Hinlegen. Sag mal Hallo. Hallo. Dann haben wir hier kubische Kanonenschläge. Singpink. Vier Stück. Dann kommen hier nochmal kubische Kanonenschläge. Von Veko. Dann kommt hier Ninja von Niko. Dann kommt hier auch was von Niko. Partypopper. Herrlich. Dann kommt hier Knallfred von Veko. Einfach schon wieder grandios. Dann kommen hier Riesen-Bengalfackeln. Das ist schon offen, aber das ist ja wurscht. So, dann machen wir hier mal weiter. Original Sachsen Knaller mit dem Sachsen Feuerwerkslogo. Dann kommen hier ein paar von Auseinandergefallen. Macht hier nichts. Kann man schon mal reingucken. Von Veko. Superweller B. Von Keller. Dann kommen hier ein paar Hunderter-Schüssbänder. Dann kommt hier die Heulgeist-Fontäne von Feistl. Das ist schon wieder ein richtiger Traum. Dann kommen hier China-Böller A von Komet. Hersteller SQ, 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 SQ. Hier kann man mal reingucken. Dann kommen hier Kanonenschläge von Veko. Ich bin schon wieder fast sprachlos. Hier neuere Veko. Kann man auch reinschauen. Ist auch noch richtig klasse hier oben. Das alte Veko. Warenzeichen. Dann kommt hier ein richtig kleiner Kubi. Richtig herrlich mit dem alten Komet-Warenzeichen. Einfach ein Traum. Dann kommen hier die als beliebten Turbo-Flyer. Wo ab und zu auch mal Bumm machen. Hier nochmal. In Veko Corsair. Superweller 1. Hier oben mit dem alten Warenzeichen. Hier unten mit dem neueren. Boah, hier ist was richtig, richtig leckeres. Keller. Knall und Pfeif. Traumhaft. Einfach ein Traum. Das ist schon wieder richtig klasse. 50 Euro für die ÜB-Paket. Hammer. Veko Knallfrösche. Neueren Datums. Dann kommen hier nochmal D-Böller und Keller. Kommen hier nochmal D-Böller. Hier nochmal Superböller. B-Von Keller. Auch schon offen, aber das ist ja egal. Klasse. Die waren noch richtig scheppern. Dann kommt hier nochmal ein Leckerli. Muck Nico. Lady Cracker. Mit dem Tannenwald-Logo. Einfach herrlich. Kommen hier nochmal Knallfrösche, aber diesmal ältere, mit grauer Lunte. Hammer. Kommen hier Powercracker. Von Silberhütte. Von Silberhütte. Nico. Hier Luftschlangen. Kann auch nicht schaden für die Kinder. Hier Harzknaller. Nochmal Lady Cracker. Altes VP mit dem Tannenwald-Logo von Muck Nico. Dann hier eine ältere Matte von Bopip. Einfach traumhaft. Hier Aböller. Alte von WECO. Mit WISCO. Schon aber traumhaft. Hier kommt nochmal Luftschlangen. Hier kommt wieder was richtig, richtig leckeres. Silberfeuerbatterie. Das ist ein Vulkanverbund. Von Keller. Das ist schon wieder eine richtig Hammerkiste für den Fuffi. Klasse. Dann hier nochmal. Das sind B-Böller. Hier kann man es schon mal angucken. Von Keller. Traumhaft. Hier nochmal. Kanonenschläge von WECO. Hier nochmal was richtig, richtig leckeres. Frische. Von FKW Keller. Mit der Bam 0011. Wenn man es hier oben erkennt. Der Große ist auch schon immer am Rascheln und Verteilen. Ihm gefällt es genauso wie dem Papa. Traumhaft. Das sind noch richtig alte. Knallfrische. Hier kommen nochmal B-Böller von Keller. Hier kommen nochmal B-Böller von Keller. Auch schon offen, aber das macht ja nichts. Hier kommen noch Fäustel-Wunderkerzen. Da kann ich wieder mit der Kleinsten eine Fackel machen. Alle auf einmal anzünden. Hörlich. Wissen wir auch, wo die rauskommen. Das finde ich richtig Hammer. Das ist ein ganzer Display. Mit den Amor Suspender. 100 Schüssen. Hörlich. Jetzt muss ich noch schauen, dass ich mir nochmal so eine Pistole kaufe. Geil. Dann hat der Große an Fasching noch Spaß dabei. Es kommt hier noch eine Batze von Keller. Himmelszauber. Geil. Hier kommen noch zwei Raketen. Von Niko. Richtig, richtig geil. Hier ein neues Sortiment von Komet. Das Einzige, was neuer ist. Hammer geil. Und jetzt sehe ich was. Richtig, richtig, richtig geiles. Das ist ein Sink-Feuerwerk-Sortiment. Jetzt bin ich echt sprachlos. Zieht euch das rein. Und das ist bei mir Fuffi mit dabei. Das Sortiment allein kostet, will ich behaupten, schon Fuffi. Boah. Hammer. Hammer. Jetzt ist die Kiste leer. Jetzt tun wir noch ein bisschen Ordnung machen auf den Tisch. Dann sieht man sich jetzt gleich bei der Gesamtübersicht. Alles für euch, Pyros. Viel Spaß, Pyros. Jetzt kommt die Übersicht vom ersten Paket. Hier ist das erste neue Sortiment von Komet. Und dann kommen richtig hammergeile alte Sachen. Hier sind die B-Böller. Hier ist die Batze. Hier ist der Silberfeuer-Batterienfächer. Hier wieder was Älteres. Hier die Tannenwald-Ladies. Hier die Bengalfackeln. Hier die Superböller. Hier oben die Komet-Böller. Einfach geil. Richtig, richtig geil. Hier Knall und Pfeif. Boah. Hier Assortiment. Und hier richtig Hammer. Hammer ohne Backcover. Hier den kleinen süßen Kubi. Einfach nur ein Traum. Und hier die richtig alten Knallfrösche. Licht ist ein bisschen schlecht, aber kann man jetzt nicht ändern. Und hier das Hammer, Hammer mäßige Zink-Sortiment. Gucken wir, ob wir hier die Rakete mal drauf kriegen. Einfach nur Quad-Li-Bait. Der Hammer. Hier nochmal eine Quad-Li-Bait. Einfach nur ein Traum. So, das war jetzt mit der Übersicht. Das andere Paket kommt später. Einfach nur geil. Was hier Holi wieder verschickt hat. Einfach ein Traum. Und übrigens, das habe ich vorher schon bestellt. Also nicht, dass ihr meint, er verschickt jetzt das Zeug. Das ist schon länger hier da. Da habe ich gedacht, das hebe ich mir auf. Der Hammer. Und ihr könnt euch schon auf das zweite Paket freuen. Bis bald, Mr. Feuerwerker. Ade. So, jetzt gibt es hier noch ein Bengalo. Nur für euch. Es taucht wenigstens noch was. Ich darf noch richtig auf. Einen Traum. Einen Traum. Einen Traum.